Ich weiß nicht, was das hier soll, aber bei uns alle hier so königliche Gold-T-Shirts ab und so, was soll das sein? Sollten wir schon mal so ein bisschen üben, wie alles glänzt und glitzt oder was? Aber ich mach mir schon fast nie aus, wenn ich schon wieder dran denke. Hier, du, hier, zig Stunden hier in dem Fliege trainieren, hier, ach, hier, hör auf, du, das ist ja so eine Scheiße in dem Fliege-Ding, du. Du hängst da rum, hier, ach, wenn du da ein bisschen üben kannst, wir kriegst ja hier Spezial-Dinge da, nicht hier, wie die Allgemeinheit hier. Das ist nicht da schön bequem, ich brauche noch die Hand selber hier, hier, komm, noch mal Kaffee, und dann machen wir hier ein bisschen Film an, da gucken wir, und dann pinnen wir, und dann träumen wir, da gucken wir. Der eine hat so ein PC-Ding da dabei, hier, aber es dauert halt hier, 10 Stunden, 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 hier, du. Und dann fliegst du da durch die Gegend, und irgendwo tust du auch mal wieder lang, hier, du, hoffentlich, gell, ja. Also, hier, sieht ja ganz schön aus, das ganze Gold hier, du. Das wär schön, wenn man das abkratzen kennt, hier, das kennt man vielleicht verkaufen, hier, du. Das ist da der Wahnsinn, das ist da schön, mach's gut. Hier, du. Wack, wack, wack. Wack, wack.